Martin! Das habe ich gespart. Sag du mir jetzt, was ich damit machen soll. Und ich habe keinen Bock auf so eine langweilige Beratung. Moin Jule, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich weiß ja, dass du eigentlich viel lieber eine Zahnwurzelbehandlung hast, als dich über Geldanlagen zu informieren. Deswegen habe ich die Lösung für dich. Berate dich selber. Das heißt, du suchst dir die Anlagestrategie aus, die für dich am besten und am passendsten ist. Und das Beste daran, nach 20 Minuten bist du damit fertig.